Hallo und herzlich willkommen zum Dienstagsvideo. Es ist Bobby da. Rosy-Rosy-Time. Ja, ich wollte mal so ein paar kleine Themen sagen, ein paar Sätze einwerfen und kommentieren zu manchen Aussagen meiner Freunden, Bekannten, also Reaktionen von der Außenwelt über Lesben, also was ich so alles höre. Zum Beispiel, müsst ihr echt auf die Straße gehen, halbnackt und so rumtanzen und eure Sexualität so anprangern? Ist doch krank. Ja, vielleicht mag das für euch krank sein, aber warum tun wir das? Warum gehen wir auf den CSD und demonstrieren? Weil wir in Deutschland und auf dieser Welt und wo auch immer immer noch nicht hundertprozentig gleichgestellt sind. Und solange das so ist, werden wir auf der Straße halbnackt rumtanzen. Dann eine Reaktion, die ich kriegte, weil ich jetzt hier so, ne, über Lesben spreche, also kam aus meiner Familie. Ja, muss das denn sein, dass du dich jetzt da als Lesbe so präsentierst und deine Sexualität so in den Vordergrund stellst? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und zu dem Ergebnis bin ich gekommen, es ist nicht so, dass ich mich hier hinstelle und wichtig mache und mich über meine Sexualität unbedingt definieren will. Nein, es geht sich darum, dass wir unsere Umwelt mal darüber informieren wollen, wie es uns in der Gesellschaft oder allgemein in dieser Welt geht. Ja? Und ich weiß nicht, ich finde es auch nicht unbedingt so super toll, immer nur über meine Sexualität eingestuft zu werden. Denn ich habe noch andere Dinge, wie zum Beispiel, ich bin noch Mami, ne? Und, ja, ich bin noch eine gute Freundin. Und, nö, ah, sowas. Also, ich bin nicht nur lesbisch. Aber ich habe mich nur mal entschieden, bei so Nosey Rose mitzumachen. Und zwar deshalb, weil es Zeit ist, dass alle Menschen gleichgestellt werden. Es geht sich gar nicht mal so viel um mein Lesbischsein oder generell um Schwule und Lesben. Es geht sich generell darum, dass immer noch Menschen diskriminiert und ausgeschlossen werden. Und wenn es doch angeblich so scheißegal ist, welche Sexualität man hat in Deutschland, warum haben Schwule und Lesben dann nicht die gleiche Rechte in der Ehe, im Steuerrecht und im Adoptionsrecht wie Heterosexuelle? Und deswegen, hundertprozentige Gleichstellung für alle. Gleiches Recht für alle. Ja, in jeder Hinsicht. Gesetzlich, moralisch, alles. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns im Vordergrund stellen, nur dass wir unser Recht einfordern. Ja, in jeder Hinsicht.